Hallo, ich stehe auf, wenn ich hier Hallo sage. Hallo. Ich fliegst hier auf den Stuhl. Warte mal. Weißt du, wer die Chefin von Deutschland ist? Merle. Weißt du, wer das ist? Die Merle. Das ist die Merle. Wer ist denn das hier? Eine komische Frau. Eine komische Frau? Ja, unsere Bundesliga-Rin. Das ist unsere Bundesliga-Rin. Was macht der denn beruflich? Ein Bürgermeister sein. Der lächelt böse. Der lächelt böse? Kannst du einmal böse lächeln? Wie lächelt man denn böse? Wenn man die Augen mal ein bisschen so zuhält, dann lächelt man böse. Dann lächeln mal ein gutes Lächeln in die Kamera. Und jetzt mal böses. Und jetzt wieder ein gutes. Und jetzt ein böses. Und jetzt ein gutes. Kannst du mal alle Länder aufzählen, die du kennst? Polen. Als erstes. Amerika. Ja. Portaventura. Portaventura. Süden. Süden. Ost. Antarktis. Antarktis. Phantasienland. Phantasialand. Gibt's auch. Sehr gut. Ich hab mal ne Frage. Es gibt ja Krieg. Was ist denn Krieg? Die töten Menschen. Ist das traurig? Weil die sterben dann immer. Gibt's in Deutschland Krieg? Nicht so, nicht so viel. Stell dir mal vor, in einem anderen Land ist Krieg. Und dann laufen die Leute da weg. Da wären die dann Feiglinge. Gibt Leute, die das so sehen. Ja. Wer ist die Chefin von Deutschland? Sieg. Wer ist die Hübscheste von den dreien? Sieg. Wer ist der Untergang von Deutschland? Nein. Ja. Ja. Mit wem würdest du lieber einen Nachmittag zusammenspielen? Zeig mal auf einen. Ja, ne? Wie alt würdest du denn diese Frau schätzen? Sechzig. Die ist sechzig? Schätzig. Schätzig, ja. Wärst du gern mit der befreundet? Nee. Warum nicht? Ich würde ja erwarten. Aber du kannst ja mit einem Erwachsenen befreundet sein. Nee. Die sind doch auch befreundet oder nicht? Nee. Nee? Fühlt es mich nicht cool? Brrrr. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt wie so ein Motorrad. Kannst du noch andere Geräusche? Brrrr. Was ist das für ein Geräusch? Von einer Baustelle so Maschinen, die reinbohren. Brrrr. Kannst du nicht. Brrrr. Brrrr. Gut gemacht. Hast du eine Freundin? Ich habe zwei. Du hast 2 Seiten. Wie heißt denn die eine? Emma? Und die andere? Johanna. Johanna? Und wen magst du mehr? Johanna oder Emma? Alle beide. Alle beide. Okay. Hau rein mein Freund. Sind wir Freunde? Ja. Übermorgen? Hast du Übermorgen Zeit? Nee. Hast du keine Zeit mehr mehr abzuhängen? Ich dachte wir wären Freunde. Ja. Wir können uns nicht immer treffen. Ja. Alles klar. Danke. Danke.